Willkommen zum zweiten Teil der Kassetten. Aber wir haben eine starke Geheimorganisation geschaffen, die sich gegen die Tyrannei des Berliner Regimes wehrt. Wir sind es, die Division unseres Kanzlers von... Oh, 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 wieder ein Song? Bitte, bitte, bitte? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Cooler Song auf jeden Fall. So, dann nehmen wir aber mal die nächste Kassette, würde ich sagen. Oder kommt gleich der Höhepunkt nochmal? Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Bonjour! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, 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 mein kleiner VW, das könnte interessant werden Oh, ich mach mich auf den Weg zu einem Autohändler Ein kleiner VW, ein kleiner VW, hat gerackert den ganzen Sommer lang Untertitelung des ZDF, 2020 compass�� auf denue Vault, campusOR, tevemännchuhe Oh, 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 oh Steht der tollste Schlitten in deiner Einfahrt Doch die Geschichte half nichts vor dem höchsten Gericht Den Schlüssel nahmen sie mir, als sei es ihre Pflicht Ich hab keinen Benz, keine Kohle, oh weh Ich hab nicht einmal mehr den kleinen VW Ich hab keinen Benz, keine Kohle, oh weh Ich hab nicht einmal mehr den kleinen VW Ich hab keinen Benz, keine Kohle, oh weh Ich hab nicht einmal mehr den kleinen VW Kleinen VW, ich hab nicht einmal mehr den kleinen VW 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 Geiles Lied, ey. Ich bin richtig mitgegangen eben. Das finde ich nice, ey. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Okay, hat mir erstaunlicherweise auch sehr gut gefallen. Hätte ich gleich gedacht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Okay, ich glaube das reicht dann auch erstmal, ich gucke jetzt mal, ob sich das jetzt noch lohnen würde, noch eine, oh ja, da kommen noch einige Kassetten, dann würde ich tatsächlich sagen, wir starten das nochmal in einer extra Folge, hier waren wir genau, scheint hey, gut, spitze bedanke mich, bis denne.